Hallo! Hallo, Mama! Guten Tag! Hallo! Ach, das ist aber schön, dass ich Sie endlich mal kennenlerne. Mein Sohn hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Freut mich auch. Ich habe Ihnen noch eine kleine Geld mitgebracht. Wäre aber nicht nötig gewesen, danke. Immer rein in die gute Stube. Komm, ich nehme deine Tasche. Danke. Einfach durch! Ich dachte, wir wollten nur mit deinen Eltern eine Tasse Kaffee trinken. Dann hat sie direkt meine ganze Familie kennen. Ist doch schön. Darf ich vorstellen? Das ist die neue Freundin von Alexander Bettina. Martina. Martina, natürlich. Das ist mein Mann Bernhard. Hallo. Meine Schwester Ingrid. Und ihr Mann Heinz. Freut mich. Meine Tochter Sabine. Hallo. Ihr Mann der Uli. Und das ist der kleine Michael. Hallo. Und ich habe natürlich auch ein Willkommensgeschenk für Sie. Ich habe mich selbst gestinkt. Wie schön. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Schon immer. Danke. Nein, weiterhin german. Danke. Dann servitamos. Ich bin kein Mann der Amerika. Ich bin kein Pedráims. starchmacksche, Sp clock servers. Und ich gehe es noch. Ich habe... Worte, Sweep, Späuze. Und ich gehe ich dir das брapen. потом ich gehe es noch. Ich gehe es noch. Was ist das? Oi, 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 oi!